Hallo, ich bin Leo und ich sage euch heute, wie eine italienische, richtige Pizza gemacht wird. Wir haben hier Efe, Olivenur, Salz, Wasser und Mehl. Jetzt mischen wir alles zusammen und machen wir den Teig. Ungefähr 500 Gramm Milch, ein bisschen Olivenur. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Efe und ein bisschen Biales zu mischen. Da geben wir noch ein bisschen Mehl dazu. Und der Teig ist fertig. Jetzt lassen wir den Teig ein bisschen quälen und die Pizza wird gemacht. Jetzt 20 Minuten gequält und jetzt machen wir eine schöne Pizza. Und hier haben wir eine Tomaten Sosa. Mozzarella Und origano Und die Italienische Pizza Margherita ist fertig Jetzt schieben wir die Pizza in den Ort Eine halbe Minute und wird die Pizza gebacken Die Pizza ist fertig Ich wünsche euch einen guten Appetit Ich wünsche euch einen Besuch im Mokadon